Hi, wir sind Bohai mit Flo. Ich bin der Max. Und ich bin der Chris. Und wir sind im Karneval aktiv unterwegs. Was ist nach dem Gewinn von Allah 4.0 passiert? Wir haben natürlich den Abend erstmal genossen, nachdem wir auf der Prinzenproklamation spielen durften, haben erfolgreich die Session zu Ende gebracht und sind dann auch schon wieder, so sagt man es ja, nach der Session ist vor der Session in die weiteren Vorbereitungen für die nächste Session gegangen. Das haben wir mit dem Gewinn von Allah 4.0 gemacht. Wir sind direkt mit neuen Songs ins Studio gegangen, haben die produziert und haben natürlich auch in neues Equipment investiert. Für 2020 steht einiges in den Startlöchern. Wir befinden uns ja gerade in Aachen. Ein großes Projekt ist im Gange. Wir freuen uns drauf und ich würde mal sagen, ohne zu viel zu verraten, ihr könnt gespannt sein. Bis zum nächsten Mal.